Ich schau in den Spiegel und sehe den Mann, der dich immer geliebt hat Tausende Frauen, doch keine verwandelt, den Krieg in ein Spielplatz Würde das alles verbrennen für sie, aber keiner versteht mich Wollte doch nur, dass die Zukunft von meiner Familie es helfe Wieder fühlt sich Wollte, wir drehen jetzt gleich ein krankes Video Und hier ist auch unser Kollege, der Bündler Okay Leute, wir sind jetzt fertig mit der Medien Ich werde nur eine Sache zeigen Zeig das nicht Ich meinte deinen hässlichen Pickel Ich wurde einfach auseinandergenommen Das Video kommt bald Sag nichts Egal Du hattest mich nachdem, hallo Und hier fühlst mich aus, dass du meine Mitsublishing Der Typ ist auch sehr süß, muss ich sagen, ja? Der Typ ist auch sehr süß. Bruder, Küsschen. Auch süß. Alle süß in diesem Video. Alle süß in diesem Video. Es ist vorbei. Alles klar. Ich schaue in der Spielmusik, den Mann, der dich immer geliebt hat. Tausende Frauen, doch keine Verwandeln, gehen Krieg in ein Spielplatz. Würde das alles verbringt für sie, aber keiner versteht mich. Wollte doch nur, dass die Zukunft von meiner Familie... Ich schaue in diesem Video. Ich schaue in den Film. would ich so schwer oder nicht? Drei minute. Die Störmühe. Ich bin hier am Arsch der Welt. Hier ist niemand. Was passiert hier? Wüxt ihr euch einen? Zeig ihm das mal, komm mal her. Ich mach Story, Digga. Ich wollte den Rest vom Team auch zeigen, Digga. Kannst du das ziehen, Bro? Oh shit, Digga! Kannst du das? Fuck! Mach nach. Mach mal. Einfach nur so nehmen? Ja, genau. Oh shit, Digga. Es geht einfach nicht. Nur kurz zu. Mach mal. Du hast gewonnen. Ich geh weiter. Moment, Moment, Moment. Vielleicht schaff ich das ja. Mit links. Ganz knappe Nummer. So. Wir gehen weiter. Und hier. Digga. Du hast ja richtig abgenommen, Bruder. Du hast sein ganzes Fett an dich genommen. Ha 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 ha. Leute, wir sind fertig jetzt mit der Session. Er hat am meisten geleistet, Digga. Er hat gekocht. Er hat Leute geschlagen. Und ich weiß nicht, wer das ist. Der Voilà ist ja, ich weiß nicht, wer das ist. Wenn es so teuer war. Ich hoffe dich glaubt, dass du willst. Doch alles was du von mir wolltest. Eine Sekunde für uns, aber nie hast du mir das gesagt, weil du stolz bist. Du wolltest kein toren Schmuck... ...und keine Geschenke. Was?